Die Räuber ist der Titel des ersten veröffentlichten Dramas von Friedrich Schiller. Das Werk, das zunächst nicht als Bühnenstück, sondern als Lesedrama gedacht war, gliedert sich in fünf Akte und entstand in der Epoche der Aufklärung und ist der Strömung Sturm und Drang in der deutschen Literatur zuzurechnen. Es wurde 1781 zunächst anonym veröffentlicht, dann am 13. Januar 1782 in Mönnheim-Uhr aufgeführt, wo es für nationales Aufsehen sorgte und Schiller schlagartig berühmt machte. Das Drama schildert die Rivalität zweier gräflicher Brüder, auf der einen Seite der von seinem Vater geliebte, intelligente, freiheitsliebende spätere Räuber Karl Mohr, auf der anderen Seite sein kaltberechnender, unterliebesentzukleidender Bruder Franz, der auf Karl eifersüchtig ist und das Erbe seines Vaters an sich reißen will. Zentrales Motiv ist der Konflikt zwischen Verstand und Gefühl, zentrales Thema das Verhältnis von Gesetz und Freiheit. Anregung von Schiller in der Erzählung zur Geschichte des menschlichen Herzens von Christian Friedrich Daniel Schuppart. Als Vorlage diente Schiller unter anderem das Schicksal des bekannten Räuberhauptmanns Nikolist. Bis in das erste Viertel des 19. Jahrhunderts waren Räuberbänden in Deutschland nichts Ungewöhnliches. Die gleichnamige Oper von Giuseppe Verdi, Imasnadi, beruht auf Schillers Drama.